Die Spitze der Wurstkaisers Macht euch keine Sorgen, es war keines von diesen 40 Würstchen, die ich essen muss, wie schlecht. Es passiert mir einfach jedes Mal, wenn ich an Sinemanoel denken muss. Übrigens, apropos Wurstkaiser, ich hätte eine verdammt gute Idee. Bevor ich dich dann wirklich in Grund und Boden stampfe, am 12.12.2020 um 20 Uhr, quasi dem Datum der Deppen, möchte auch ich dir eine kleine Challenge geben. Nachdem ich jetzt quasi einmal gezeigt habe, wie toll sich meine Peristaltik in die falsche Richtung bewegen kann, möchte ich einmal sehen, wie gut du dich in die richtige Richtung bewegen kannst. Zeig uns einmal deine Moves und den Pulp-Fiction-Tanz. Viel Spaß! Musik 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 Das war also der Pulp-Fiction-Tanz Cinemanuel Style. Ich hoffe, es hat euch gefallen, aber ich habe natürlich auch eine Challenge für den guten Zocki und was das sein wird, das seht ihr ab Donnerstag auf seinem Kanal. Also schaltet dann wieder ein, aber nicht bei mir, sondern beim Zocki und in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir. Das wäre doch furchtbar schade und in diesem Sinne verabschiede ich mich dann heute von euch und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis bald. Servus! Schade ab. Untertitelung des ZDF, 2020